Was dreht? Ja, was dreht? Ja, ja, ich... Was dreht? Ich drehe. Jetzt will ich die Scheibe kontrollieren. Jetzt geht es zur Verarbeitung hier. Jetzt haben wir alles in Ordnung. Automatikbetrieb startet. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt schiebt er praktisch die Maschine, jetzt schiebt er weg, im kurzen Zugang die Scheiße abrichten, also kontrollieren wieder. Da schiebt er dann auch fast die Maschine. Das ist ein kommentarer Prozess, der es da nicht mehr so weit ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Okay. Okay.